Musik Hallo Burschen, wir sind wieder zurück! Heute, 130 km, haben wir hier ein Abstimmungsvideo, Dax Factory steht schon vor dem Louis Vuitton Maxi. Dax, heute wird's ernst, oder? Heute! Hauen wir uns drauf auf die Maxi! Dann starten sie auch! Machen die erste Testfahrt! Ich bin gespannt, die Kupplung gehört noch eingestellt, Dax, du meinst, wir machen die Einstellungen mit der Übersetzung, gell? Nein, was ist denn? Okay. Old Dog baut auch da gerade an seinem Gerät weiter, was ist los? Startst du das endlich einmal an oder wird das hier rein? Jetzt starte es, jetzt ist der Tag gekommen! Ja, originales Maxi. Ein Wahnsinn! Neuflackiert alles, aber wir filmen trotzdem das, weil das ist trotzdem geiler. Das ist also das Louis Vuitton Maxi, mittlerweile kennen uns, glaube ich, alle. Dax letzte Woche im Video 7.500 aufgelöst. Ja, jetzt fragt man! So geil! Habe ich mir nicht gedacht, dass wir da gegen Ende jetzt nochmal so ein Finale hinlegen. Und ich würde sagen, Start haben wir eh schon gefilmt vom letzten Mal, First Start. Und jetzt werden wir starten und schauen, ob man auch wegfahren kann damit, oder? Mhm. Perfekt. Dann würde ich sagen, Starten und Leipzig auf. Wir müssen deinen Aussuch ausschlaßen richtig. Beim letzten Mal habt ihr gesehen, beim First Start hat er sich vor drei Tagen, oder? Bisschen. Einmal gerade. Einmal gerade. Einmal gerade. Das hört sich gut an. Geht schon. Wir machen das auch fast, ob ich den Urtag. Es geht gar nicht so schön wie gerade. Und jetzt müssen wir ihn ein wenig umdüsen. So Dax, erster Versuch. Düsen. Vergaser runter. Vergaser runter. Düsen wahrscheinlich. Super edition. Okay. Jetzt für die Zuschauer, wie schaut das aus? Düsen steht komplett ausgekauft. Ja. Ich hoffe, dass die Düsen hat er drin. Seinmal gerade. Hundertfünf. Hundertfünfer Düsen? Mhm. Ich glaube, dass es hundertfünf zu groß war. Was hat es jetzt gemacht? Ist es von unten gegangen oder? Von unten ist es eigentlich weg. Und dann mitten drinnen ist es so. Ich nehme vielleicht zu groß. Das ist groß oder nicht. Du trinkst da. Du trinkst da Scheiße. Das ist der Karton, die Schwester. Das ist sicher der Karton. Du weißt, wie der stinkt. Wunderbar, wenn du ihn aufwürfst. Vielleicht lächst du das gerade auf, mit dem Ding mit Sprit. Das ist der nächste Versuch. Was haben wir jetzt für Düsen drin? 118. 118. Was war vorher drin? 105? Oh, jeder. Da geht es wieder auf. Mein Opa steht schon draußen bereit. Mein Opa steht schon da. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Dachs? Minus 2 Grad. Aber für die eingemachte Probefahrten habe ich eine Minus 10 Grad, oder? Okay. Ich lege mich einmal. Ich habe überhaupt kein Gefühl, oder? Für Maxi tue ich alles. So. Heute ist ein GoPro-Holterung mit einem Höhlenrum. Wir müssen improvisieren, Dachs. Ich nehme Stabeln mit. Genau. Mit Stabeln. Mit Stabeln in der Hand. Mit Boten in der Hand. Ist der Allemann bereit? Bereit. Aber du messest eigentlich tief selber viel nach mir, oder? Nein. Nein. Ich möchte so etwas. Okay. Ich komme eh nicht einmal vom Stabeln weg, oder? Ich lege die ersten 100 Meter mit dem Auto. Wir müssen noch trampeln zu dem Essen zurück. Töne Geroku. Wir müssen wieder aufcówken. Was istället. Ich weiß nicht, wie es das hier passiert. Junge Musik Das ist unser 130 kmh-Projekt. Das ist besser. Aber es tut sich nichts, Alter. Nein, das ist sauber. Das ist besser einmal gefahren. Ich glaube, du hast dich nicht eingekuppelt, Alter. Ich drehe so hoch ein paar Mal, aber es geht nicht weit. Es tut sich nichts, Alter. Das ist wie aus. Sagst du so, erstes Fazit, 90 kmh, oder? Einen kalten 90er. Einen kalten 90er. Komm, ich pick dich überall, der uns bremst, meinst? Ich glaube, wir müssen die Gäden vorne wechseln. Ich glaube, ich auch. Aber du bist scheiße. Wir haben dir heute den Gudochter da. Tut er gut auf. Tags Factory Film her. Also die Kupplung hat immer höch ein Auffeldrad, oder? Ja. Das war eine neue Kupplung. Was heißt wie viele Kilometer? Das war gar kein Kilometer. Entweder haben wir so viel Leistung oder seine Kupplungen sind einfach geklumpert. Das kann er sich jetzt aussuchen. Einen Tod muss er sterben. Klavier. Das ist echt ein Witz, oder? Du kaufst eine Kupplung um 250 Euro, oder? Das war eine wiese Qualität. Nein, aber das ist echt wahr, oder? Wie viele Leute sind wir jetzt gefahren? Einmal die Teststrecken, wir haben sie auf der Kamera drauf. Frechheit. Die ganze Motor versaut mit dem. Total Schaden. Ich würde sagen, der Axt folgen ist vorbei, oder? Tony D sage ich dann nur. Total Schaden. Zwei Kilometer sind wir gefahren. Alter, Kupplungfetzen hin. Wo legt ihr den nochmal? Kupplungfetzen hin. Ich leade jetzt nochmal den Mock raus. Achso, ja. Aber ich sehe, Alter, die hat immer lauter als in Stinks angefangen. Ich war einfach zu viel an. Aber ich war nachher nicht, dann kupplung es noch später. Alter, da siehst du ja wirklich den ganzen Drehgel in den unten, gell. Da ist meine Qualität. Okay, Burschen. Wir sind fertig für heute einmal. Tagsfactory, Projekt einmal vorerst. Auf Eis, oder? Ich bin komplett fertig. Ich bin auch fertig, Alter. Mental, Alter. Ich habe gerade gesagt, wenn man ein psychisches Traumatag ist, oder? Wie kann so eine Kupplung, Alter, so die beste Kupplung, oder? Wie kann sogar jetzt so ein Geist aufgehen? So etwas hat mich immens irritiert. Also Kupplung hin. Vorerst einmal keine perfekte Abstimmung hinbracht. Vergaser darf es einmal so gesehen passen, oder? Das sehen wir dann beim 130 kmh Versuch. Wir werden in der Zwischenzeit einmal schauen, dass wir eine Kupplung einbauen, wo es passt. Ich höre jetzt das nächste Mal von uns, wenn wir bereit sind für die erste Testfahrt, für die richtige Tags. Wir sehen uns nach Weihnachten, oder? Wir werden jetzt nicht so stark nachlegen. Spezialkupplung ausbauen. Und dann... Jetzt haben wir erst einmal alles. Genau. Also nächste Folge, vielleicht sogar schon die 130 kmh. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Fiat euch! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.